Höchste Zeit für den Megadeal, meine Damen und Herren. Und ich habe es ja versprochen, es gibt demnächst noch mehr Megadeals, weil Sie es so wollen. Sie lieben es einfach. Das kann ich auch verstehen, weil das Portemonnaie bleibt klein. Aber der Preis sozusagen ist groß, meine Damen und Herren. Und der Preis ist heiß, sage ich Ihnen, den wir jetzt wieder für Sie haben. Und es ist was ganz Besonderes. Der Kai freut sich schon. Genau, so ist es. Und was wir Ihnen in dieser Sendung anbieten, das ist einzigartig im deutschen Teleshopping. Genau, so ist es. Und wenn Sie sich jetzt fragen, was meint der Kai denn damit? Ganz einfach. Wir bieten Ihnen erstens mal zum Megadeal einen Sat-Receiver an. Unseren Bestverkauften, nämlich unseren 395 U. Aber, jetzt sehen Sie das unten rechts schon stehen, besser gesagt von Ihnen aus unten links. Das ist der DSR 395 U SE. Und was heißt SE? Sonderedition. Ja, was kann man sich jetzt darunter vorstellen? Ganz einfach. Nicht nur, dass wir hier für Sie einen Sat-Receiver liefern, der Sie gleich im Preis umhauen wird, sondern, und jetzt kommen wir auf das absolute Alleinstellungsmerkmal. Da ist nämlich vor uns noch keiner drauf gekommen. Und wenn Sie es jetzt alle nachmachen, dann grinsen wir uns kaputt. Guck mal mit der Kamera her. Ja, wir haben hier, und das ist absolut genial, eine kleine Taste. Nur für Sie. Das ist unsere Perl-TV-Direkt-Taste. Und das Tolle ist, ich zeige es mal an die drei, hier haben Sie vorprogrammiert uns, da haben Sie es, Perl-TV-HD, uns jederzeit auf einem Knopfdruck sofort bei sich zu Hause. Sie müssen uns also nicht mehr suchen, oder wenn Sie Ihrem Freund oder Bekannten sagen, du, guck doch mal bei Perl-TV rein, du brauchst nur auf den Suchlauf gehen, müssen Sie gar nicht machen, sondern Sie drücken diese eine einzige Taste und dann sind Sie bei uns. Zeigen wir Ihnen gleich, meine Damen und Herren. Schauen Sie mal, hier unten auch noch Perl-TV-HD drauf. Wir haben also alles, was Sie wirklich brauchen. Das heißt, Sie haben unseren Sat-Receiver. Natürlich empfangen Sie alle anderen Programme auch in HD, das ist klar. Aber, wie gesagt, das ist das erste Mal, dass es so etwas überhaupt gibt. Hier haben wir unsere direkte Perl-TV-Tasten. Wenn Sie da drauf drücken, dann schaltet der Sat-Receiver sofort auf unser Programm um. Ich finde die Idee so genial, wie klasse, wie einfach. Und es ist tatsächlich vorher noch keiner draufgekommen. Wir sind eben Perl-TV, wir machen es möglich. Und jetzt können Sie Ihren persönlichen Sat-Receiver nach Hause kriegen, wo Sie uns mit einem Tastendruck sofort bei Ihnen auf der Mattscheibe haben, sozusagen. Bevor wir Ihnen das kleine Goldstück jetzt mal zeigen, meine Damen und Herren. Ich habe hier ebenfalls eine Fernbedienung. Und ich werde Ihnen das jetzt live zeigen, hier im Studio. Da sind wir ja zu sehen. Und wenn ich jetzt mal ganz kurz zurückgehe auf Nummer 1. So, pass auf, der schaltet jetzt. So, da haben wir jetzt das erste. Und jetzt drücke ich einfach unsere Perl-TV-Taste und zack ist er drin. Guck dir das an, da ist er. Ist das schön? Das ist doch eine Riesensache. Jetzt zum Receiver, zu unserem Goldschatz. Ganz genau. Normalerweise kostet unser 395 U, unser DSR, bei unserem Mutterschiff bei Perl.de. Das blenden wir Ihnen jetzt auch mal ein. 49,90 Euro. Und das ist schon ein ganz schön straffer Preis für einen HD-Sat-Receiver. Auf die Ausstattungsmerke kommen wir gleich noch. Aber, und jetzt sind wir im Mega-Deal und bei Perl-TV-HD. Jetzt kommt der Knüller. Jetzt blenden wir doch mal unsere Perl-TV-Seite ein. Und dann bekommen Sie unseren HD-Sat-Receiver mit der Perl-Direkt-Taste für 29,90 Euro. Hier haben Sie den Preis, einen HD-Sat-Receiver für 29,90 Euro. Das ist fast die Hälfte von dem, was Sie bei Perl bezahlen im Katalog. Und Sie haben bei uns natürlich zusätzlich noch die Perl-TV-Taste. Das ist einmalig, meine Damen und Herren. Nur solange der Vorrat reicht. Der wird uns jetzt wahrscheinlich aus den Händen gerissen. Wir haben Ihnen schon einmal vorgestellt, da ist dasselbe passiert. Und wenn du so nett bist, das kleine Goldstück mal ein bisschen zeigst. Ich finde es ja schon deshalb herrlich, dass der so klein ist, meine Damen und Herren. Die meisten haben ja heute einen großen Flachbildschirm schon an der Wand. Und dann unten noch einen Riesentisch drunter mit irgendeinem Riesen-Receiver. Das können Sie sich sparen, weil den kriegen Sie wunderbar unten untergebracht. In der ganzen Installation, genau. Den könnte man auch wirklich fast unter dem Fernseher verstecken. Er ist klein, kompakt. Ich nehme jetzt mal in die Hand unser kleines Schmuckstück. Erstens mal haben wir den Riesenvorteil, Sie können hier auch mit aufnehmen. Entweder eine externe Festplatte, bis zu zwei Terabyte können Sie da anschließen. Haben viele von Ihnen heute schon zu Hause. Und dann kann ich eben über das elektronische Programm, kann ich mir komplett meine Filme bis zu zwei Wochen voraufnehmen und einprogrammieren. Aber ich kann natürlich auch Full-HD-Inhalte, auf dem Stick gespeichert, auf einer Festplatte, hierüber auch abspielen. Das heißt am Schluss eigentlich ein komplettes Media Center. Und dafür haben wir hier vorne eben unseren USB-Anschluss. Hier Channel hoch und runter, also Kanäle und an und aus. So, und da wir ja an Sie denken, das wissen Sie ja, drehen wir jetzt mal um und jetzt schauen Sie mal, was da jetzt zum Vorschein kommt. Erstens mal haben wir hier unseren SCART-Anschluss. Das bedeutet also, wenn Sie jetzt noch einen alten Fernseher zu Hause haben sollten und möchten uns trotzdem weitergucken, dann ist das jetzt auch kein Problem mehr. Sie kriegen es dann natürlich nicht in HD, aber Sie können uns trotzdem weitergucken, weil wir den SCART-Anschluss eben nicht vergessen haben. Dann haben wir unsere HDMI-Schnittstelle für alle bekannten Flachbildschirme dieser Welt, die einen HDMI-Eingang haben. Das bedeutet also, Bild und Ton synchron kommen bei Ihnen in HD-Qualität auf Ihren Fernseher. Und wir haben, und das finde ich auch sehr schön, dass wir daran gedacht haben, noch einen digitalen Coax-Ausgang. Das bedeutet also, wenn Sie zu Hause eine Heimkinoanlage haben sollten und Sie möchten uns dann auch in 5.1, in 7.1, je nachdem, wie Sie ausgestattet sind zu Hause, hören und sehen, dann geht das auch. Also kaufen Sie die Sonderedition des beliebten DSR 39 5U mit der einzigartigen Perl-TV-Direktwahl-Taste, meine Damen und Herren. Das ist eine zukunftssichere Ausstattung, die Sie haben für Ihr digitales Fernsehvergnügen über Satellit. Mit dem ultrakompakten Mini-Receiver sichern Sie sich modernste Technik kombiniert mit tollem Bedienkomfort. Und über die USB-Schnittstelle, hat er ja gesagt, nutzen Sie den Hightech-Zwerg auch als Full-HD-Media-Player. Also mit der Perl-Direktwahl-Taste, meine Damen und Herren, gelangen Sie jederzeit mit einem einzigen Tastendruck zu unserem unterhaltsamen Programm von Perl-TV in HD produziert und in HD natürlich auch ausgestrahlt. Ich kann Ihnen das gleich nochmal zeigen, aber erst bist du dran. Da sind wir nämlich die einzigen. Wir produzieren ja seit Anfang an in HD und sind auch die einzigen, die echtes HD ausstrahlen. Bei vielen anderen ist es nämlich interpoliert, das heißt hochgerechnet von normalen SD-Technik. Aber bei uns und viele sind ja sozusagen mit uns auf unseren HD-Platz schon umgezogen, ist es einfach so, dass Sie wirklich unsere Produkte gestochen scharf in HD auch bekommen. Was ich übrigens auch klasse finde, muss ich ganz ehrlich sagen, ist, dass dieses kleine kompakte Gerät hier unglaublich viele gute Auszeichnungen bekommen hat. Sogar auf der Sat-Vision haben wir mit 81,4 Prozent ein Gut bekommen und ich kann Ihnen nur sagen, für 29,90 Euro diesen Sat-Receiver und uns immer nur einen Knopfdruck weit entfernt, ist das Beste, was Ihnen bei uns eigentlich passieren kann. Das ist der Mega-Deal heute Abend. Besser kann es nicht sein. Sie sparen fast die Hälfte des Preises, sage ich nochmal. Das ist ein einmaliger Preis, deshalb kaufen Sie bei Pearl TV und nicht bei Pearl.de, meine Damen und Herren. Bei Pearl.de kostet er 49,90 Euro. Bei uns 29,90 Euro. Da können Sie gerne vergleichen, das ist ein einmaliger Preis. Und es hat eben die berühmte, die jetzt schon berühmte Pearl-TV-HD-Taste. Da drücken Sie auf eine einzige Taste, die ist auch wunderbar gekennzeichnet und dann haben Sie uns im Visier. Ich zeige das jetzt nochmal live und drehe mich nochmal um zu unserem Fernseher, meine Damen und Herren. Drücke jetzt nochmal auf die beliebte Alte Mutter 1. Wir sind übrigens, um das kurz dazwischen noch zu sagen. Und jetzt zeige ich Ihnen live hier, einfach Pearl-TV drücken und zack ist der Sender da. Das dauert überhaupt nicht lange. Ein paar Sekündchen. Guck mal, da steht sogar zwischen 19 und 20 Uhr live, Mega-Deal des Tages. Und das ist ein Mega-Deal. Und was ich Ihnen empfehlen kann, also es dürfen ja immer bloß jeder Besteller darf ja bloß zwei nehmen. Aber machen Sie das doch und bestellen Sie sich dann unsere Taste dazu. Dann können Sie nämlich mit unserem Tastendruck auf die Fernbedienung erstens mal sofort zu uns kommen. Und wenn Sie sich dann noch einen Kaffee oder einen Tee machen, können Sie mit unserer Tasse sozusagen dann alles schön abrunden zu Hause. Und das fänden wir ganz schick. Und ich weiß, wir sind sowieso schon auf dem Weg, Kult zu werden. Aber mit dieser Taste ist das richtiger Oberkult. Und das finde ich toll, vor allem mit so einem guten Gerät. Und wie gesagt, HD-Qualität ist sowieso die Qualität der Zukunft. Und deswegen für 29,90 Euro sollten Sie wirklich zuschlagen. Ja, also wie gesagt, wenn Sie auch einen alten Fernseher noch haben, kein Problem. Hinten ist das Kartanschluss. Gar keine Frage, meine Damen und Herren. Und der Mega-Deal ist einfach wirklich obergeil, darf ich an dieser Stelle einfach mal sagen. Und Sie sollten da ganz schnell zuschlagen. Denn hier sparen Sie nicht nur richtiges Geld, also es ist wirklich ein Spotpreis hier, sondern Sie sind eben mit uns praktisch immer verbunden, wenn Sie so wollen. Mit einem einzigen Tastendruck. Und das ist wirklich einmalig, dass da noch keiner drauf gekommen ist. Das ist natürlich ein Hammer, ne? Finde ich wirklich wunderbar. Doch, wir sind drauf gekommen. Wollen wir mal die Artikelnummer sagen? Ja, die Artikelnummer. Das ist die PX1369569. Ich wiederhole. PX1369569. Digitaler Pearl-TV-HD-Receiver, meine Damen und Herren, mit Full-HD-Player. Und da sollten Sie jetzt zuschlagen. Ich bin mal gespannt, was in den nächsten Minuten hier passiert. Wir sehen uns gleich wieder. Ich freue mich schon drauf.